Ich grüße euch alle recht zackrisch vom letzten Schneehügel vom Kasereck. Die Ski sind schon eingewintert sozusagen, der Sonnenschirm ist bereit und wieso ich mich heute an euch wende ist eigentlich folgendes. Mir kam da eine Idee. Es gibt noch einen alten Titel von die Pseirach. Pucka Nacka, ein Sprung und zicka zacka, hockst du auf meinem Nacka, Mann, wo kommst du denn her? Eine ganz geile Nummer. Und da, meine lieben Freunde und lieben Gäste, da hätte ich eine Bitte an euch. Ich bräuchte einfach lustige Bilder, Urlaubserinnerungen, wie auch immer. Ein Bild, wo man irgendwie, wenn man es anschaut, eine Freude kriegt und alle, die sowas übrig haben und mir das zuschicken, die werden da natürlich in dem nächsten Video für die Pseirach Pucka Nacka mit dabei sein. Ich danke euch. Da waren schon recht zackrisch im Vorfeld und wünsche euch trotz allem locker bleiben, gesund bleiben, easy bleiben und Pucka Nacka, Pucka Nacka, Pucka Nacka.